Ich bin Mechaniker, weil es schon immer eine grosse Leidenschaft war von mir und weil es ein anwechslungsreicher Beruf ist. Ich arbeite bei Coop, weil es ein guter Arbeitgeber ist, weil es hier in Schafisheim eine topmoderne Anlage ist und ich war hier von Anfang an dabei beim Aufbau der Anlage, bei den Instruktionen und bei der Abnahme. Hier in der Haustechnik führt man vor allem Wartungen durch die Kältezentrale, Heizzentrale, Lüftung, Druckluft und auch Störungsbehebung der Anlagen. Es sind zum Teil Anlagen, die es nur hier hat. Vor dem habe ich Respekt gehabt, wie das hier wird. Ich bin ziemlich ruhiger Typ und sehr flexibel. Also man kann mir auch mal etwas anderes geben, nicht immer dieselbe Arbeit. Am liebsten behebe ich Störungen, weil es eine Herausforderung ist. Also man muss belastbar sein, flexibel sein, man muss improvisieren können. Und wieso wären Sie gerne Mechaniker beim Coop? Demonstration Ich bin ziemlich gut, weil Sie sagen, wenn Sie gerne kommen 합니다. Nachdenkliche, ich bin sehr süß. Nachdenkliche. Ich bin sehr, ich bin sehr gut. Und dannüm technically. Wir haben schnell nicht dieência, die Tagesopenhauer werden, Wir haben alles, was sie direkt auf.